Hey Leute, was geht's? Wir sind am Start mit einem neuen Video. Heute KSC Vlog. Ein Jahrhundertspiel. Heute spielt Liverpool gegen KSC. Der Start wird eingeweiht. Wir sind ein bisschen spät dran leider. Hier geht's rein und dann geht's los. Ich hab unnormal Bauch. Okay, Spaß damit. Okay, wir sind eine Minute im Spiel. Jetzt da, wir sind ganz oben. Wir kommen gerade rein und 1-0 fällt. So random, dass Handai, Jürgen Klopp, Salah und so, einfach alle hier sind. Es ist geil, dass ich bin. Das wird das erste und letzte Mal sein, dass jemand stattfindet mit den Spielern. Und ich darf's miterleben. Das ist unnormal geil. Immer noch 1 holen. Aufsideszone aus Liverpool. Und dann hat man der für die falsche Karten geholt. Es ist also erst Reihe 5, sind wir allein da unten. Und muss einmal kommen mit, einmal ruhig. Er ist so falsch. Aber es ist krass, wie gesagt, Sandalig ist hier. Salah. Es ist alles krass hier. Also, es ist insane. Ich weiß nicht, was ich nicht. Aber es ist alles krass. Aber es ist alles krass. Aber es ist alles krass. Aber es ist nicht so spannend. Jürgen, Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Jürgen, Jürgen, Jürgen! Applaus Hans Uhr, Hans Uhr, Hans Uhr, Hans Uhr! Hans Uhr, Hans Uhr, Hans Uhr! Hans Uhr, Hans Uhr, Hans Uhr! So, das war jetzt der Wechsel. Ich hab 5 Spieler vom KSC raus. Ich hab vorher aufgewechselt. Super viele junge Spieler. So welche, irgendwie 17 bis 20 Jahre alt. Das ist geisteskrank. Aber nichtsdestotrotz, Niveau ist noch krass. Ich mein, Salah ist so viel wert wie der KSC. Gerade mal 3, mal 4, mal 5. Minimum. Deswegen, Stille mit dem Traumtor. Das steht 2-2. Wie gesagt, wenn das nicht ungeschieden ausgeht, können wir sehr zufrieden sein. Applaus Halt! 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 Eigentlich hätte er 2 zu 2 gewählt gewesen, hätte er zu 3 zu 2. Aber das Spiel hätte dann auch schwer. Also, das ist kurzer Schulte 3 zu 2 gefallen. Aber er hat gerade die Abwehr gepickt. Ich habe mir immer sicher, ich schaue uns die letzten drei Minuten noch an, aber, Junge. Ich habe da gerade drei Leute aussteigen lassen und den Torwart am Ende. Also das ist halt die individuelle Qualität, die man hier einfach sieht. Aber nichts, also 3-2 ist vollkommen fein gegen Liverpool. Kannste machen. Ist okay. Leute, das war's mit dem Vlog. Wenn ihr euch gefallen habt, dann gerne einen Abonnentag. Wir würden euch freuen. 4-2 sind zu hoch, aber am Ende wurden auch super viele Spiele eingewechselt, die sonst die Spielpraxis bekommen. 2-1 mit der richtigen Mannschaft des Geistes krank. Und ja, das ist die Hauptsaison. Jetzt bin ich jetzt mal auf Stimmel. Ich werde auf jeden Fall noch mal wieder aufmachen, wenn ich im Tatschen bin. Ich werde auf jeden Fall gegen Hamburg im Stadion sein und in Hamburg spielen. Da bin ich auch jetzt mal mit dem Stadion gleich hinkommen. Und sonst, dann schauen wir uns. Ich werde jetzt auch auf Schalke. Ich weiß nicht, ob es derzeit nicht immer kommt. Wenn wir sehen, bitte einfach das einschalten. Wir sehen uns dieses Video und dieses Video von der Reihe von der Reihe von der Show.